Gewalt gegen Frauen ist eine der am häufigsten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen der Welt, auch in Deutschland. Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Jeden Tag findet ein Tötungsversuch statt. Alle vier Minuten erlebt eine Frau Gewalt in ihrer Partnerschaft. Jede dritte Frau in Deutschland erfährt mindestens einmal in ihrem Leben physische und oder sexualisierte Gewalt. Das sind mehr als zwölf Millionen Frauen. Wussten Sie, dass in Deutschland 58 Prozent der Frauen mit einsetzender Dunkelheit vermeiden, bestimmte Straßen zu begehen, Plätze zu überqueren oder Parkanlagen zu betreten? Und wussten Sie, dass bereits 70 Prozent der Mädchen bis 16 Jahre digitale Gewalt erfahren haben? Auf der ganzen Welt erleben Frauen, Mädchen und queere Personen psychische, körperliche und sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum. Wir als Ärztekammer Westfalen-Lüppe möchten uns stark machen für Betroffene und das Thema geschlechtsspezifischer Gewalt in das Bewusstsein der Menschen rücken. Deswegen unterstützen wir die Kampagne Orange the World der UN-Wummen und sagen Stopp Gewalt gegen Frauen.